Seid ihr bereit oder ist alles klar? Rainer? Wie bist du drauf? Also ich nehme das mal auf von da unten an. Rainer ist der Erster Tandemstadt. Der Arsch geht ihm auf Grundeis. Oh, laufen, laufen, laufen. Jawohl, laufen, laufen, laufen. Jawohl, naja, naja. Aber das hat ein Passagier gelegen, nicht? Ein Piloten. Mit so einem netten Karibikschirm. Das ist ja fast perfekt. Ein voller Profi. Hey, darf ich mit dir rumfliegen? Du bist ja das Tier.